Bei Sturm der Liebe heiraten Leander und Eleni, weshalb Greta als Küchenchefin sehr gestresst ist. Alexandra macht ihr das Leben nicht gerade einfacher, nach Feierabend hat sie sogar einen Sunderwunsch. Das und eine Bemerkung bringen bei Greta das Fass zum Überlaufen. Die beiden Frauen streiten sich in der Küche, wobei es zum Unfall kommt und sich Alexandra schwere Verbrennungen zuzieht. Währenddessen ist die Hochzeit in vollem Gange. Endlich geben sich Eleni und Leander das Ja-Wort. Sogar Julian taucht bei der Feier auf. Wie der Ex von Eleni sich auf ihrer Hochzeit benimmt, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Donnerstag um 15.10 Uhr in der ARD.